Wir haben beim letzten Mal angeschaut, die Bedeutung des Wortes Gottes in unserem Leben, wie wir es verwenden können zu Gottes Ehre, dass es uns im Alltag wirklich stärkt und hatten da in Jesua ein wunderbares Vorbild gefunden. Heute gehen wir weiter in diesem wichtigen Gebiet des Wortes Gottes und schauen in das Matthäus-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium wird uns Jesus als der König vorgestellt, als der König von Gott eingesetzt über alle Welten, auch über die Erde, als der Messias Gottes, das heißt der Retterkönig, der mit dem Heiligen Geist gesalbt ist und das Heil Gottes umsetzen wird, hier auch bei den Menschen. Er, Jesus, er leitet das Königreich der Himmel ein und das Matthäus-Evangelium beschreibt uns, wie das heute schon beginnen kann, in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben aller, die dem König treu dienen, zu Gottes Ehre. Und dann, wie das so ist, in jedem guten Staatswesen gibt es eine Verfassung und es gibt auch in der Heiligen Schrift die Verfassung des Königreichs der Himmel auf der Erde. Die Ordnung in Gottes, ganz kurz, prägnant, im Wesentlichsten zusammengefasst, in einer Rede unseres Herrn Jesus Christus. Und, naja, ihr wisst, welche Rede das ist. Welche ist das? Die Bergpredigt. Ganz genau, die Bergpredigt, ja. Und die Bergpredigt, sie steht in Matthäus 5 bis Matthäus 7. Da könnt ihr gerne aufschlagen. Ich lade immer dazu ein, eigene Bibeln mitzubringen, aufzuschlagen, Notizen zu machen, etwas, ja, festzuhalten, wo man dann hinterher noch einmal bewegen kann, am Nachmittag oder über die Woche, damit sich die Dinge vertiefen oder Gott spricht euch an, ihr könnt euch etwas kennzeichnen, auswendig lernen, gebrauchen im Alltag. Und natürlich, es gibt heute auch die modernen Formen, wo über Handy und so die Bibel aufgerufen wird, solange hier kein Klingeln ist, also für diese Online-Bibeln jederzeit. Das ist eine feine Sache. Und wir hatten die Bergpredigt schon einmal angeschaut und wer es noch weiß, in Matthäus 7, da gibt es eine fantastische Verheißung, die uns zeigt, wie wichtig es ist und wie wertvoll das ist und wie gut das ist, die Bergpredigt zu lesen. Denn in Matthäus 7, Abvers 24, da steht, der Herr Jesus sagt das, Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Felsen gegründet. Das ist doch fantastisch, ja. Und gerade hier in unserer Gegend mit Reihen und vielen Dämmen da dran, kann man sich das sehr gut vorstellen, wie so etwas passieren könnte, wenn ein Dammbruch ist, wenn plötzlich Platzregen alles überlaufen lässt und die Wasser kommen, ja, und sie spülen an die Häuser. Und die Bibel gibt hier das Gleichnis und sagt, wenn du diese Rede, die Bergpredigt, hörst und tust, in allem, was da geschrieben steht, dann bist du, dann wäre ich wie ein Mensch, der sein Haus auf Felsen baut, das in so einem Moment, wenn plötzlich das Wasser angeschossen kommt, hält, weil es auf Felsen ist, ja, während man das nur hört und nicht tut, dann ist es so, wie wenn ein Haus auf Sand gebaut ist und wird dann unterspült, beschädigt oder bricht zusammen. Und so ist hier ein Bild für das Leben gegeben. Und wir suchen ja nach ganz prägnanten Dingen in der Heiligen Schrift, die wir festhalten und umsetzen können im Alltag. Und hier hast du so eine Rede. Am besten auswendig können, am besten vielleicht, ja, nochmal rausschreiben, wie jeder das gerne macht, um zu lernen und zu bewegen im Alltag. Und der Herr möchte dann unser Leben bauen wie ein Haus, das auf festem Felsen ist, wenn ich es im Alltag auch umsetze. Im Psalm 18, der war im Vorwort auch genannt worden, beim letzten Mal dieser Psalm 18, da ist auch von dem Felsen die Rede. Dieser Felsen ist natürlich Gott, der sich zu seinen Kindern stellt, wenn sie so leben, wie es die Verfassung des Königreichs der Himmel sagt. Im Psalm 18, Vers 3, Psalm 18, Vers 3 heißt es, Herr, mein Fels, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, das ist ein Schutzraum, ja, auf den ich traue, mein Schild zum Abwehren und Horn meines Heils und mein Schutz. Und im gleichen Psalm, Vers 32, denn wo ist ein Gott außer dem Herrn oder ein Fels außer unserem Gott? Ein Fels außer unserem Gott. Der einzige Felsen, der am Ende hält, wenn wirkliche Ungewitter über das Leben herbeikommen, das ist Gott, der Fels. Und sicher kennt ihr solche Burgen, die auf Felsen gebaut wurden und dann noch die sichere Burg darauf, ja, so möchte der Herr unser Leben gründen und schützen. Und dafür ist diese Bergpredigt ein Schlüssel des Herrn. Wir können sie benutzen, wie Joshua das Wort Gottes benutzt hat. Joshua 1, Vers 8 noch einmal. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, nicht weggehen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Und nicht drüber lesen. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen. Du kannst sagen, ja, hilf mir, wenn ich die Bergpredigt umsetze im Leben mit deiner Hilfe, ja, wir haben heute Abend mal gefeiert, immer wieder auch Gnade, Vergebung, aber immer mehr Umsätze in meinem Leben. Du hast die Verheißung gegeben, dann bist du der Felsen. Mein Leben wird sicher sein und du bist meine Burg auf diesem Felsen und ich habe Zuflucht bei dir und wie es auch hier steht, dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Halleluja. Ja, wunderbar. Und so versuche ich jetzt wirklich in einer Zusammenfassung ganz bewusst mal zusammenfassend schnell und kompakt durch die Bergpredigt zu gehen. Die Bergpredigt hat insgesamt sieben Teile. Eine göttliche Zahl kann man sich merken. Sieben Teile kann man die Bergpredigt einteilen. Und sie beginnt in Teil 1 mit den Seligpreisungen. Die Seligpreisungen, ja. Seligpreisungen. Das Glaubensleben der Gläubigen soll ein Leben sein, das schon hier glückselig ist. Glückselig. Glückselig, griechisch Makarios, drückt eine völlige Zufriedenheit aus, die man besitzt durch Gott auf Zeit und in die Ewigkeit hinein. Das ist das Ziel Gottes. Also eigentlich, dass wir gar nicht unruhig sind, gar nicht ängstlich sind, gar nicht hektisch sind, schon gar nicht wütend sind oder ähnliches, sondern dass wir in Gott geborgen sind. Es gibt diesen Weg Gottes. Und deswegen hier diese Seligpreisungen. Die verraten uns, wie wir in diese Glückseligkeit, in diese Zufriedenheit hineinkommen. Gott hat auch einen Namen El Shaddai, der Allgenügende, der für alles Genügende. In Gott haben wir die Fülle, in Jesus haben wir die Fülle. Und hier ist jetzt der Beginn der Bergpredigt. Das ist also das Ziel Gottes, das hier gezeigt wird, dass wir in dieser vollen Fülle und Zufriedenheit Gottes leben. Ein ganz hohes Ziel und das möchte der Herr uns schenken. Ein Zustand, wo man noch in der Welt ist, natürlich, ich stehe hier, ja, beide Beine auf dem Fußboden, aber doch unabhängig von ihr ist, weil Gott unser Leben leitet und voll und ganz von Gott abhängig ist. Die Glückseligkeit wirkt der Heilige Geist in den Glaubenden, die Jesus ihr Leben geschenkt haben, Wiedergeborenen, seinen Jüngern, wenn sie wirklich in Christus leben, wenn sie wirklich leben in dem. Wer hört und tut, der wird gerettet, der wird selig, der wird sein Haus auf Felsen gründen. Und jetzt haben wir diese Seligpreisungen, Es sind neun Stück. Das Erste, glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Also nie hoch von sich denken. Nie denken, ich bin der, der überall entsteht, ich bin der, der besonders stark ist. Ohne mich, sagt der Herr Jesus Christus, können wir gar nichts tun mit Wert für die Ewigkeit. Das ist das Erste. Erkennen, geistlich arm. Natürlich, es gibt Nebenbedeutungen, ja, behinderte Menschen, ähnliches. Geistlich arm sind, ihrer ist das Himmelreich. Das Zweite, glückselig sind, die Leid tragen. Die Leid tragen. Ein Wort der Stärkung für alle, die im Leid sind und treu den Weg des Herrn Jesus gehen, denn sie sollen getröstet werden. Getröstet werden. Das meint schon hier auf der Erde noch einmal. Ich habe das selber noch nicht, dass ich das umsetze, ja, im Alltag, in allem. Das ist Gottes Ziel. Aber das möchte er uns allen schenken, selbst im Leiden in diese Glücksseligkeit zu kommen, in diese volle Zufriedenheit zu kommen und den Trost Gottes zu empfangen, den wir brauchen. Die Leid tragen sollen getröstet werden. Natürlich in vollkommener Weise dann in der Ewigkeit, wo es kein Leid und keine Tränen und keine Krankheit und keinen Tod und keine Not mehr geben wird. Aber schon heute sollen wir so getröstet werden, dass wir in dieses Seligsein, Glückseligsein eingehen. So geht es weiter. Selig sind die Sanftmütigen oder Elenden. Sie werden das Erdreich besitzen, wenn sie das leben, was der Herr Jesus hier verheißt. Selig sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ja, das ist ja auch, gibt so viel Ungerechtigkeit. Jesus versteht das, wenn wir danach dursten, dass es Gerechtigkeit geben wird. Sie sollen satt werden. Jetzt etwas ganz Wichtiges, selig sind die reinen Herzens sind. Reinen Herzens sind. Das hat uns heute beschäftigt im Abendmahl, das reine Herz. Kein falsch im Herz, kein falsch in den Gedanken, selig sind die reinen Herzens sind. Und jetzt eine riesige Verheißung. Sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen. Dann kommt selig sind die Friedenstiften. Ihr seht die Jahreslosung, suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34,15 hier in der Bergpredigt. Selig sind die Friedenstiften, ihrer ist das Himmelreich. Frieden mit Gott stiften und von diesem Frieden mit Gott ausgehend Frieden unter den Menschen. Und dann geht es weiter. Jetzt wird es, ja, geht es um die Verfolgung, schwieriger noch. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihrer ist das Himmelreich. Ihrer ist das Himmelreich. Gerechtigkeit meint die Gebote Gottes. wenn du in der heutigen Zeit sagst, also wir haben euch lieb, aber Zusammenleben ohne Ehe ist natürlich Unzucht von der Bibel her und führt in die ewige Verdammnis und ich möchte nicht, dass du umkommst in Ewigkeit, sondern ich möchte, dass du gerettet wirst. Ich habe dich lieb, ich möchte, dass du heiratest, ich möchte, dass du Gott dein Leben anvertraust und du bekommst wegen solcher Aussagen Verfolgung zum Beispiel. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt, ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, das ist schon die neunte Seligpreisung. Wenn die Menschen euch um meinetwillen schmähen und verfolgen, seid fröhlich und jubelt, im Himmel wird es euch reichlich belohnt werden. Also, du bist auf Arbeit und du weißt vom Herrn, ich muss nicht ständig und überall von Gott reden, aber jetzt ist der Moment, auch wenn es schwer ist, jetzt ist es wichtig, ich muss es dem Nachbarn sagen, ich muss es jetzt den Verwandten sagen, ich muss es jetzt aussprechen, und du ahnst schon, ja, da gibt es Ärger und dann nimm dieses Wort, nimm dieses Wort, sollte es Ärger geben, sei fröhlich und juble, es wird dir im Himmel reichlich, reichlich belohnt werden, reichlich belohnt werden. Fand ich jetzt so schön, Klot, ich nehme mal dein Zeugnis, Gott hat so viel Gnade gegeben, hat Gebete erhört, hat, ja, jetzt ein Zimmer ermöglicht und dann haben andere zum Klot gesagt, haben gesagt, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht, das geht doch gar nicht, wir warten über ein Jahr keine Chance und Klot hat gesagt, ihr braucht meinen Jesus, ihr braucht meinen Jesus, vor allen Leuten da und ja, das ist es, ja, seid fröhlich und jubelt, im Himmel sollt ihr reichlich belohnt werden. Wo findest du dich persönlich in den Seligpreisungen? Geht das mal durch, geistlich arm, ist demütig, ja, trotzdem, man sucht nach Erkenntnis, man studiert die Schrift, man möchte wachsen im Glauben, aber man weiß, ohne den Herrn kann ich gar nichts tun, geistlich arm, wie selig bist du, wenn du Leid trägst, glückselig bist du, wenn du sanftmütig bist oder elend, selig bist du, nach Gerechtigkeit dürstest, barmherzig bist, reinen Herzens bist, Frieden stiftest, um der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst, also das meint die Gebote Gottes oder um des Herrn Jesus willen, um des Evangeliums willen, des Zeugnisses für den Herrn, selig bist du, glückselig bist du, du bist auf dem richtigen Weg, auf einem guten Weg. Dann kommt Teil 2. Teil 2 der Bergpredigt beschäftigt sich damit, dass Glaube immer nach außen wirksam sein soll, also dass Jesus keinen Glauben möchte, der im Verborgenen ist, der nicht nach außen gezeigt wird, sondern dass in welcher Form auch immer, hier und da und dort sind wir Licht und Salz der Welt, das ist die Überschrift hier, Salz und Licht der Welt. Salz durchdringt die Welt, verändert ihren Geschmack, wie das Salz das Essen verändert, den Geschmack verändert und das Licht soll angezündet werden auf einen Leuchter und nicht unter den Scheffel gestellt werden, damit die Welt es sehen kann, wie auch eine Stadt auf dem Berg nicht verborgen sein kann. Ja, dann heißt es in Matthäus 5,16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also wir hatten das Erste, glückselig seid ihr, dann werden diese neun zur Glückseligkeit führenden Dinge genannt, dann kommt seid Salz und Licht der Welt und dann beginnt Teil 3 und in Teil 3 sagte Herr Jesus, um es mit einfachen Worten zu sagen, das Gesetz ist nicht einfach weggeschoben, weggetan. Ich erfülle es, sagte Herr Jesus und es beginnt bei mir schon im Herzen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Und jetzt eine Sache, die müssen wir uns ganz tief einpredigen. Da wird oft ein Fehler gemacht. Die Gebote Gottes, hat der Herr Jesus nicht gesagt, die braucht ihr nicht halten, weil manchmal klingt das heute fast so. Ja, ihr seid ja in der Gnade, was gehen euch die Gebote noch an? Das ist vom Teufel. Das sagt er dann später nochmal deutlicher. Das werde ich dann nochmal erwähnen. Aber er sagt hier ganz deutlich, es beginnt schon im Herzen, in den Gedanken. Da möchte er uns sogar umgestalten und verändern. Und das wird jetzt hier überall angeführt an verschiedenen Beispielen. Also Jesus verbietet schon Handlungen, die zum Brechen des Gebotes hinführen, in den Gedanken. Und da nimmt er jetzt mehrere Gebote als Auswahl. Das heißt nicht, dass die anderen nicht wichtig sind, sondern er zeigt dieses Prinzip immer auf. Er nimmt das Töten, das Ehebrechen, das Schwören, das Vergelten und die Feindesliebe. Das Töten, das Ehebrechen, das Schwören, das Vergelten und die Feindesliebe. Und jetzt erklärt er jedes Mal, dass es bei ihm schon wichtig ist, dass man in Gedanken nicht dieses Gebot bricht und schon da beginnt, das zu halten. Ja, zum Beispiel beim Töten. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht morden. Wer aber mordet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zirnt, der ist das Gericht schuldig. Und dann zeigt er die Steigerung, erst zirn, dann wird ein noch schlimmeres Wort, du nichts nutzt, des Hohenrats schuldig und dann, du Geisteskranker, hier ist es mit Na übersetzt, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also es gibt diese Steigerung. Du hast jemand, es gibt eine Konfrontation und in Gedanken beginnt praktisch die Vorbereitung auf den Mord. Indem du sagst, der ist böse, der ist noch schlechter, der ist dumm und jetzt gehst du immer weiter in dem. Und der Herr Jesus zeigt hier, dass schon die Stufen des Gerichts in den Himmeln damit zunehmen und der Mord, wenn er im Herzen schon da ist, schon so, so, so schlimm ist bei ihm, dass das schon zu einer Verurteilung führt. Natürlich, das Ausführen ist dann noch einmal eine schlimmere Tat. Aber wenn wir hier durch Gottes Geist uns bremsen lassen und schon in den Gedanken sagen, Herr Jesus, ich gebe dir die Gedanken hin, ich möchte nicht diese schlechten Gedanken haben. Ich vergebe von Herzen, ich lege es in deine Hände, lieber Herr. Fülle mich mit deinem Geist, hilf mir, schenke mir Gnade, Herr, dass ich nicht immer negativer werde, sondern ich möchte lieben, lieber Herr. Schenk mir das bitte und ich segne. Dann ist das der richtige Weg, um in diesen Frieden und diese Seligkeit zu kommen. Also der Herr zeigt uns hier auf, wie man geistlich verhindern kann, dass das Brechen des Gebotes in der Tat gar nicht erst geschieht. Und so geht es dann weiter mit dem Ehebrechen. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und wenn wir dieses Prinzip verstehen, das erklärt er ihnen hier über fünf Gebote hinweg. Immer schon in den Gedanken praktisch, Gott zu suchen und zum Herrn zu finden und das Böse abzuwehren und die Liebe Gottes zu leben. Beim Schwören dann, der Eid, du sollst keinen falschen Eid schwören, sollst dem Herrn deine Eide halten. Und Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Das geht wieder in die Richtung, ja. Wenn du jemanden hast, wo sowieso immer jedes Wort stimmt, versteht ihr? Ja, von dem musst du nicht wissen nochmal, dass der dir sagt, ja, das stimmt aber wirklich. Versteht ihr? Also es gibt Menschen, die erzählen irgendwas und die Wahrheit musst du dir dann selber irgendwo rausfinden. Aber es gibt auch Menschen, da ist ja, ja und nein, nein. Und das sagt der Herr Jesus, lebt so, dass jedes eurer Worte so echt und so wahrhaftig und so vertrauenswürdig ist, dann braucht ihr gar nicht erst schwören und ihr sollt nicht schwören, weil einhalten könntet ihr aus menschlicher Kraft einen Schwur sowieso nicht. Ihr braucht immer den Herrn, um Gutes zu wirken. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Also eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Und so ist es dann auch beim Vergelten. Auge um Auge, Zahn und Zahn wird hier zunächst angeführt. Ihr habt gehört, dass das gesagt ist. Ich aber sage euch und er führt das dann aus. Vers 42, 5, 42. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Das ist die Grundaussage. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Und dann geht er weiter zur Feindesliebe. Das ist das Höchste eigentlich, was nur in Gott möglich ist. Nur Gottesliebe. Jesus ist am Kreuz für die Feinde gestorben. Er ermöglicht uns das. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, heißt es. Und er sagt aber, Liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Das ist die Grundsatzverfassung des Königreiches. Natürlich ist jetzt hier keine lebensgefährliche Situation, aber es ist schon eine sehr ernste und bedrängte Situation, die hier beschrieben wird. Dann kommt der Teil 4, also Teil 1, die Seligpreisungen, Teil 2, Salz und Licht, nach außen den Glauben leben. Teil 3, in Gedanken schon sich reinigen lassen, durch den Herrn in die Liebe Gottes hinein, dass man die Gebote nicht bricht. Jetzt kommt Teil 4, Gottesdienst nicht mit dem Ziel, von Menschen geehrt zu werden leben. Also, du sollst nicht dich hinstellen und laut beten, damit die Leute sagen, oh wie toll kann der Jens beten. Du sollst nicht alles, was hier genannt wird, Almosen geben, und dann zeigst du nochmal allen, was du für einen Schein hast und dann tust du den rein und dann denkst du, oh, das sollen jetzt alle sagen, Mensch, hat der viel gegeben. Das soll man nicht tun. Also, im Teil 4 geht es in allem, was der Herr Jesus beschreibt, darum, dass man den Gottesdienst nicht nach außen macht, um von Menschen geehrt zu werden. Natürlich gibt es die Aufgabe, laut zu beten im Gottesdienst. Das ist ja klar, steht zum Beispiel im Korintherbrief, in den Sprachen zu beten, die die Leute, die da sind, auch verstehen, weil sonst könnten sie nicht Amen sagen zu deinem Gebet. Das heißt ja, alle sollen es laut hören und dann können sie auch Amen sagen und man könnte mehr Stellen dazu aufführen. Also, es soll laut gebetet werden, aber nicht, damit ich angebe. Und damals ging das so, ja, dann haben die Leute gesagt, wenn einer draußen auf der Straße war und hat da sich an die Ecke gestellt und gebetet, Oh, ist das ein frommer Mann oder weiß ich, ist das eine fromme Frau. Heute hast du das ja weniger. Da kostet es eher Mut, draußen frei zu beten. Ja, wäre schön, wenn so eine Achtung dem Glauben gegenüber da wäre. Da heißt, sagt er dann auch beim Beten, ja, geh in dein stilles Kämmerlein, um das zu üben. Aber natürlich gibt es die anderen Gebetsformen auch, selbstverständlich. Aber wir sollen es nicht machen, damit die anderen mich loben. So, und das war das Prinzip und das erklärt er jetzt bei den Almosen, beim Geldgeben. Natürlich, er freut sich, Gott freut sich, wenn du Geld gibst für ihn, natürlich. Und das ist auch ein ganz wichtiger Dienst und wichtig, aber nicht, um von den anderen Ehre zu kriegen dafür. Versteht ihr? Darum geht es immer. Das Beten hatte ich genannt, dann nennt er dann noch das wichtigste Gebet. Haben wir heute schon gebetet? Das Vaterunser. Und vom Vaterunser macht er noch einen kleinen Exkurs und sagt, vergebt allen Menschen, damit euch vergeben werden kann. Nur wenn ihr vergebt, wird euch auch vergeben. Und nur wenn ihr vergebt, wird euch vergeben. Und so können auch eure Gebete erhört werden. Das ist noch so ein kleiner Unterabschnitt. Und dann nimmt er das Fasten. Mögen wir mehr Mut haben, auch mal wieder zu fasten für den Herrn als Unterstreichung unserer Anliegen vor Gott. Damals war das so, dass das eine große Achtung hatte unter den Gläubigen. Und dann haben sie extra so sich gezeigt, mir geht es heute nicht so gut, ich faste. Guck mal, wie geistlich ich bin. Ich bin am Fasten. Und dann sagte Herr Jesus, so nicht. Wenn du fastest, dann nimm noch, was weiß ich, schöne Creme und alles, dass es keiner merkt und keiner sieht. Und faste vor Gott. Das ist in Ordnung. Gott freut sich über Fasten. Aber nicht damit alle anderen sagen, oh, was für ein frommer Mann für eine fromme Frau. Versteht ihr? Also es geht wieder um das nicht nach außen, um beachtet zu werden und Anerkennung zu bekommen. Andersrum gibt es natürlich die Bibelstellen, wenn jemand etwas Gutes tut, dann sag Danke, dann sag, es war gut. Aber tu nichts, damit du gelobt wirst. Aber andersherum, wenn du siehst, jemand tut etwas Gutes, das wird oft nicht gemacht dann, weil man denkt, das wäre nicht fromm. Nein, nein, dann sag ein ermunterndes Wort, dann sag Danke, dann sag, ich freue mich und segne ihn und segne sie und seid da in einer ganz feinen Art und Weise miteinander unterwegs. So, das war der Teil 4. Dann geht es darum, zuerst das Reich Gottes in Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und dieser ganze Bereich hier geht es immer darum, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugetan. Das geht im Leben so schnell, ja. Man hat irgendwelche Entscheidungen zu treffen und jetzt wäre von der Bergpredigt her immer das Erste, das Reich Gottes. Nicht das, was ich will, nicht das, was vielleicht privat in anderen Bereichen ist, sondern von der Bergpredigt her ist immer, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugetan werden. Das ist das Prinzip und das wird hier auf Umgang mit Geld, auf Schätze, auf Sorgen machen, auf verschiedene Dinge bezogen, vor allen Dingen auf den Mammon, das Geld und auf die Sorgen. Und dann sagt der Herr, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld und dem Mammon gleichzeitig, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugetan. Das ist ein ganz super Wort für den Alltag, für Entscheidungsfindungen, vor dem Herrn das zu bewegen. So, und dann sind wir schon fast durch. Teil 6 sind Grundregeln des Glaubens, nicht zu richten, immer erst den Balken vom eigenen Auge zu nehmen, sich hinein zu versetzen in den anderen, dann erst den anderen zu korrigieren, wenn ich wirklich zuständig bin und wenn ich mich selber geprüft habe, wie ich da im Leben stehe. Es gibt eine goldene Regel hier, die wollte ich gern noch erwähnen. Die goldene Regel, kennt ihr die? Die goldene Regel des Verhaltens, die hier in der Bergpredigt ist, wie die Liesel das gesagt hat. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Ja, Matthäus 7, 12. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Also, jemand kommt und die Regel ist praktisch, du versetzt dich in seine Situation. Also, du gehst in die andere Rolle, ja. Und du stellst dir vor, du bist der Mensch, der jetzt zu dir kommt und handle so, was du dir dann wünschen würdest. Versteht ihr? Das ist diese goldene Regel. Das ist Matthäus 7, Vers 12. Matthäus 7, 13 ist sehr bekannt, geht hinein durch die enge Pforte. Die Pforte ist weit, der Weg breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind es, die auf ihm hineingehen. Eng ist die Pforte, schmal der Weg, der zum Leben führt. Wenige sind es, die ihn finden. Immer ein Herz haben, bereit sein, den schmalen Weg zu gehen. Wir brauchen so die Gnade von Gott und so die gegenseitige Unterstützung, ja. Das ist der richtige Weg vom Herrn. Die enge Pforte suchen. Dann kommt noch die Mahnung vor den falschen Propheten. Man erkennt sie daran, dass sie die Gesetze Gottes brechen. Dass sie die Gesetze Gottes brechen. Nach der Bergpredigt. Sie können große Wunder tun, sie können Weiss sagen, sie können viele Dinge tun, aber sie halten die Gebote Gottes nicht. So, und das war es dann. Das war mal ein ganz Schnelldurchgang durch die Heilige Schrift in der Bergpredigt. Denn Teil 7 hatten wir schon angeschaut. Den Hausbau auf Felsen zu Gottes Ehre. Wenn wir sein Wort hören und tun, dann wird unser Leben so wie ein Haus, das auf Felsen gebaut ist und das nicht umfällt, wenn die Stürme des Lebens kommen. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen zum Gebet. Das war mal eine der wichtigsten Predigten des Herrn Jesus Christus überhaupt im Schnelldurchlauf, um einmal zu screenen, wo stehe ich in diesem Bereich. Und danke, lieber Herr, dass du unser Leben auf Felsen bauen möchtest, auf dich selbst, Herr. Hab vielen, vielen Dank. Und danke, Herr, dass du so eine klare Grundverordnung gegeben hast, dass dein Königreich eine klare Verfassung hat, lieber Herr. Und Herr, dass es praktisch umsetzbar ist mit deiner Hilfe. Und darum bitten wir dich von ganzem Herzen, Herr, sei uns nahe. Stärke uns darin, lieber Herr. Herr, dann sind wir Licht in dieser Welt und Salz, lieber Herr, und wirksam, Herr und selig, Herr und voller Freude. Wir preisen dich und wir beten dich an, Herr. Geh du mit uns in die kommende Woche und sei uns ganz, ganz nah. Unser Leben ist in deiner Hand. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.